Ich wollte mal ganz kurz zeigen, wie ich das mit dem Tuch mache, weil das finde ich einfach genial, weil ich habe mir nie einen Köcher gekauft, weil ich immer dachte, auf dem Rücken stört er an der Seite, passt er vielleicht nicht. Ich nehme so ein Palästinenser-Tuch, kann man jedes andere auch nehmen, macht das nicht ganz stramm um den Bauch rum, dass er ein bisschen Luft ist, einfacher Knoten reicht. Und dann, das reicht schon, frische Zollfeile, 2, 4, 6, 8, 10, 12, von oben einführen, einmal drum wickeln, reinstecken, fertig. Kann man den Bogen in der einen Hand halten und kann seine Pfeile mit der Hand ziehen. Chack und einlegen, nix, chack und einlegen, schuss, nix, chack und einlegen. Also es ist praktisch besser als hinter sich greifen blind, hier sehe ich, was ich tue. Und ich kann mir das auf die Länge stecken, die ich will, rutscht nix, wackelt nix, bleibt wo es ist. Kann ich mich mit bewegen, hab freien Schuss, nix nervt. So, was haben wir, wenn ich damit schieße? Einnocken, chack, zuck. So, Pfeile sind nicht im Weg, ja, ich kann mich also frei bewegen, da ist alles möglich. Gut, das wär's im Wesentlichen. Nur mal so als Idee. Dankeschön, tschüss. Das war der Beste. 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 Untertitelung des ZDF, 2020